Ich bin Andreas Ernofer, ich bin österreichischer Paraschwimmer und das Schwimmen ist meine große Leidenschaft. Das Gefühl im Wasser ist für mich geil, weil ich keine Rollstuhl brauche. Die Zeit, in der ich im Wasser bin, bin ich einfach frei davon, sage ich jetzt einmal. Man kann schon fast sagen, es ist wie Fliegen. Das Training ist hart, das ist nicht immer schön jetzt, wenn ich im Wasser bin, aber ich liebe es im Endeffekt, auch wenn man im Training einmal ranzt, dass es anstrengend ist, aber im Endeffekt mache ich es sehr gern. Der Sport hat mir immer Ziele gegeben, auf die ich trainieren kann und hat mir sehr geholfen.